heute was geht ab mit dem zweiten teil eines videos eines formats eines segments dass ich mal irgendwann mal ist auch wieder schon eine ewigkeit her mal gestartet habe idee kam von einer freundin von mir und zwar ist das so ein typisches youtube format und das haben wir dann auf pokémon go bezogen umgewandelt und zwar habe ich einfach paar fragen auf instagram gestellt und ihr könntet die beantworten und jetzt schätze ich ab wie viel prozent meiner community was gesagt hat ja wie gut kann ich die community und wie gut kann ich euch abschätzen lieber letzt mal könnt ihr unten in den kommentaren mitmachen einfach eure antwort mitschreiben in den kommentaren und natürlich will man ein like hinterlassen und nabo und vor allem wenn euch das format gefällt ah ja und wenn ihr fragen habt interessante sachen für die nächste edition für die nächste folge auch gerne unten in den kommentaren aber los geht's schauen wir uns eure antworten mal an ich weiß vergesse folgt auf instagram super saftig dann könnt ihr bei den nächsten folgen mitmachen und allgemein ich poste eine menge stories vorbeischauen lohnt sich also erste frage ist nutzt ein goplus gotcha oder pokéball plus darf ich drauf drücken noch nicht also noch nicht vergöstern weil dann kommt es direkt mit den antworten meine vermutung gotcha goplus ich würde sagen sogar weniger als die hälfte benutzen das vielleicht so 40 prozent bei 50 50 ist zu langweilig ich sag mal 40 prozent ja und 60 prozent benutzen weder noch ok ok 50 50 das ist interessant sogar bisher mehr bisschen mehr sagen ja fast 1000 leute bestimmt nicht schlecht von den tausend leuten 50 prozent ja 50 prozent nein alles klar also ich habe alle drei schon mal verwendet und probiert mir gefällt das am besten problem das verbindet sich in letzter zeit überhaupt nicht mehr bei mir keine ahnung was da los ist vielleicht muss ich auf den um switchen fettalentik ist mit absicht gemacht frage nummer zwei seid ihr zufrieden mit dem pvp system das ist echt eine schwierige frage mann also was ich so in den kommentaren lese und von dem allgemein was man so mitbekommen nicht nur meine meinung jetzt ihr kennt meine meinung eigentlich das ist echt schwer zu sagen ich glaube ich tendiere zu 20 prozent ja das ist echt extrem wollen wir so riskant sein sag mal 30 prozent ja 30 prozent ja die sind zufrieden 70 prozent nein den gefällt es nicht ich sehe ich will so viele kommentare egal bei wem video zu pvp ist immer schlechter unbeliebter ich sage 30 prozent gefällt das 70 prozent gefällt es nicht okay ein bisschen mehr leuten gefällt aber auch nicht so viel um acht prozent verschätzt ja okay also den meisten gefällt es nicht zumindest lagen wir damit richtig leider leider ist pvp momentan nicht so der hit aber leute gibt die hoffnung noch nicht auf mehr zu pvp demnächst da denke ich mich auch noch mal ein bisschen als zeug seid ihr mit dem arena system zufrieden nächste frage eine sehr interessante frage vor allem für mich persönlich weil ihr wisst ich habe das alte arena system geliebt das neue nicht so sehr aber viele von euch kann ich mal das alte arena system gefällt mich immer von dem alten arena system und so deswegen würde ich sagen 50 50 55 sagen wir 45 sind zufrieden 55 sind nicht zufrieden fast richtig nur umgedreht das kass alter von dem prozenten her war ich richtig aber 55 56 sind zufrieden genau umgekehrt interessant ich glaube das liegt daran dass die meisten von euch das alte system nicht mal kennen wieder dazu kommt bestimmt irgendwann mal das nächste frage habt ihr schon ein deoxys egal ob angst form oder normal form irgendwann ich würde sagen wort ist schwer zuerst mal design 30 prozent haben eins also eigentlich weniger es haben so viele leute x-rays und man kann immer eingeladen werden ich krieg zwar noch sehr viele kommentare unter den videos im live stream wie man eine einladung bekommt aber ich weiß nicht ich sage mehr leute haben ein also sagen wir mal 60 60 prozent haben ein 66 prozent sogar nicht schlecht ich wäre fast auf 70 gegangen okay klasse aber schon mal die richtige richtung viele leute wissen jetzt wie man triggert und man kann jetzt immer einen einladen das sollte echt kein problem sein ich kenne natürlich immer noch leute die kein namen dann kommen wir zu paar sammelfragen sammelt ihr shiny ich persönlich nicht aber das ist sehr beliebt ich würde sagen 80 prozent sagen 90 prozent ja 90 prozent der leute sammeln scheinness 81 ich wäre doch bei 80 geblieben ich bin zu hoch gegangen ich war zu übereifrig 80 prozent sammeln scheinness klar wieso nicht ich würde die auch sammeln problem ist man kann sich entscheiden dass so ein glücksfaktor egal wie viele du antippst und fängst ist nicht garantiert manche fangen beim ersten mal oh shiny und manche tippen 3 4 5 600 700 stück an und klingt kein scheinness deswegen ja ich hab's halt nicht unter meiner kontrolle wenn ich einen bekomme dann ist schön ich kann es halt nicht kontrollieren ob ich einen bekomme deswegen ist es für mich persönlich keine sammlung sammelt ihr hunderte ja tue ich aber hunderte kann man effektiv eigentlich nur mit maps sammeln das heißt indirekt ist die frage habt ihr auch eine map verwendet und da würde ich sagen ist die meinung gespalten 50 50 oh was okay natürlich kann man auch hunderte ohne maps sammeln aber ja damit habe ich nicht gerechnet dass die hunderte so beliebt sind das ist ja genau wie bei shinies sogar ein prozent mehr oder ah heftig ah jetzt tendiere ich bei der nächsten frage sammelt ihr luckys auch zu 80 prozent ich glaube die leute sehen das irgendwie alle drei gleich ich sag einfach 80 prozent oh mein gott 44 nur okay man da habe ich nicht gerechnet aber für mich ist das eigentlich alles dasselbe aber okay ist natürlich auch schwieriger zu bekommen man muss tauschen man muss immer einen kollegen haben oder einen zweiten account aber egal nächste frage spielt ihr seit anfang an ich spiele seit anfang an mehr oder weniger ihr wisst am anfang habe ich einfach nur das spiel gedownloadet und ab und zu mal einmal am tag zweimal am tag angemacht bin nicht wirklich rausgegangen den ersten monat die ersten paar wochen aber rein theoretisch seit anfang an und ich weiß eine menge leute haben später ist angefangen das will ich dann trotzdem als von anfang an zählen ich würde sagen 75 prozent seit anfang an ho 76 direkter volltreffer direkter volltreffer ja so ungefähr stimmt es eigentlich auch nächste frage da habe ich auch paar antworten bekommen die sind halt genau level 35 beim letzten mal habe ich gefragt wie viele leute von euch schon level 40 sind und da habe ich mich ein wenig verschätzt aber nur einen ticken jetzt level 35 drunter drüber ich sage 40 sind wir wieder ein bisschen extremer ich sage 30 prozent sind drunter und bereits 70 prozent sind über level 35 die 35er tut mir leid die sind jetzt mal ausgeschlossen oh gar nicht so daneben ich habe 30 gesagt es sind 25 ich verbessere mich alles klar ich komme zu den letzten zwei fragen die habe ich beim letzten mal aufgestellt aber jetzt wollte ich mal den vergleich sehen beim letzten mal war ich habe es mir hier aufgeschrieben habt ihr mehr als ein account da war es da war es genau 50 50 okay seitdem ist eine menge passiert viele leute haben ein zweiter kommt angefangen für luckys um die motivation zu behalten und da am ball zu bleiben und für rates natürlich entweder legendäre oder jetzt irgendwelche vierer duo oder sogar hitran duo also da haben auch viele zweiten account angefangen zu raiden deswegen weil es davor 50 50 war und jetzt so viele gründe gibt würde ich sagen 65 prozent ja haben mehr als ein account naja wir sind wir sind gestiegen aber nicht ganz so krass wie ich es mir gedacht hatte 57 nicht ganz 65 aber wir sind auf jeden fall gestiegen zum letzten mal auch sehr interessant zu sehen wie sich das so verändert hat dann kommen wir zur letzten frage seid ihr free to play das heißt habt ihr schon mal geld für das spiel ausgegeben free to play heißt free also kein geld ausgeben und da waren wir beim letzten mal da waren wir beim letzten mal bei 30 prozent zu 70 prozent 70 prozent waren free to play und seitdem gab es eine menge geiler boxen ich glaube wir haben uns auch da wieder ein bisschen gesteigert mehr leute geben jetzt geld für das spiel aus ich denke wir sind jetzt bei free to play sind jetzt anstatt 70 vom letzten mal nur noch 60 oh wow das war genau andersrum beim ersten mal es waren noch 70 prozent free to play und jetzt sind es einfach 70 prozent nicht mehr free to play das ist eine heftige änderung das ist ein krasser wandel also ich muss noch mal nachschauen ob es echt so war ok ich habe gerade nachgeschaut ich habe die zahlen verwechselt beim letzten mal war es auch 30-70 aber 70 prozent waren nicht free to play die mehrheit der leute gibt geld aus für das spiel da habe ich eigentlich nicht so erwartet ich dachte und beim letzten mal habe ich es auch gedacht dass die meisten leute kein geld ausgeben für das spiel aber es ist genau bei 70-30 geblieben 70 prozent geben immer noch geld für das spiel aus was gut ist so bleibt das spiel am leben auf jeden fall das waren alle fragen diesmal wie gesagt schreibt unten in die kommentare falls ihr interessante fragen habt für die nächste folge und lasst mich natürlich wissen ob euch dieses format gefällt ansonsten das war es von mir leute wie immer liken, subscriben, kommentieren checkt die anderen videos ab folgt mir auf instagram, facebook, twitter checkt den shop ab und vergesst nicht pokemon is serious business bis zum nächsten Mal